Alex, du zuerst. Was sagst du? Ja, super. Was soll ich sagen? Besser als erwartet. Goldmedaille, das ist echt happy. Ich bin sehr verfassungslos. Bis jetzt haben wir uns jedes Mal gesteigert und er hat einen guten Job gemacht heute und verdient geworden. Hallo? Hallo? Mir fehlen gerade irgendwie die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach überwältigt. Damit habe ich selber nur gerechnet, dass ich hier den ersten Platz mache. Gesamtskrieg an welchen jetzt? Ja, jetzt kommt Gesamtskrieg und vielleicht haben wir noch die Chance auf die Pro-Tage. Mal schauen. Das wäre natürlich die Grün. Wie hat man seitplatziert? Ja, gelben heißt zweitplatziert. Bei zwei Deutschen praktisch die ersten Plätze belegt. Was will man mehr? Ja, das war mein zweites internationales Turnier. Ich bin sehr zufrieden mit der Platzierung. Ja, gut. Ja? 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 Ich bin sehr sicher. To your right, please. Be Glasgow, wie ist der K tu? Der Korte zu deran, bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020